Ja, liebe YouTube-Freunde, Shopping vor dem Skifahren. Samstagmorgen. Wir haben da was gefunden. Jetzt wird halber Tag Ski gefahren. Viele Leute sind auf der Gasse und shoppen hier in Livigno. Und dem Bauer hausgerecht ein halber Tag Ski fahren. Und dann bin ich am Abend gleich wohl müde. So, jetzt hat es noch eine gute Salami Nostrano. Hier in meinem Eigenkaufssack. Und ein guter Amarone Wein für den Bauerhausi. Ja, liebe YouTube-Freunde, es ist wie jeden Tag windig, kalt. Und leicht bedenkt, wenig Sonnenschein. Es ist ziemlich hart auf 2400 Meter. Die ersten 200-300 Meter hier am Pfarr. Kalt wie die Sau. Die das runter wird. Die hat die Sau in den Bauer-Van in den Bauer-Van. Die wöse ist glatt. Und jetzt schauen wir weiter. Die feria wird. Die Kalt wie die Vöhr in den Bauer-Van. ins Restaurant gibt Mittagsverpflegung. Ja, liebe Freunde, der Bauer war also wieder im Bibio Club. Wir haben gut zu Nacht gegessen und jetzt wird es Samstagabend noch ausgetrunken. Die Taxis warten alle auf Gäste. Es schneit hier in Livigno. Es ist jetzt irgendwie 10, 11 Uhr, minus 10 Grad und Schneefall. Es ist schön in den verschneiten Strassen von Livigno zu spazieren. Bei Schneefall, minus 10 Grad.